Diese Werte sind jetzt interessant, trotz der Unsicherheit, trotz der Notenbanker, die sich gerade in Jackson Hole treffen, sind das Aktien, die man sich jetzt mit gutem Gewissen ins Depot legen kann, mit tollen Kurschancen und die erfährst du in diesem Video. Ich habe einen Gast eingeladen im Money Talk, Rolf Morien vom Depotoptimierer. Schön, dass du mal Zeit hast, zu mir zu kommen. Sehr gerne, es ist die Premiere heute. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf das Gespräch. Rolf, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, aber wir hatten tatsächlich auch noch nicht so oft die Freude, miteinander zu sprechen. Insofern bin ich natürlich auch gespannt, was du uns mitbringst, welche Werte du jetzt in dieser doch sehr unsicheren Zeit uns da ans Herz legen kannst. Wie gesagt, ihr Lieben, wir machen keine Empfehlungen in diesem Format. Es sind Ideen, die wir euch mitbringen. Also wenn ihr da für die ein oder andere Aktie brennt, dann solltet ihr euch bitte nochmal informieren. Also von uns bekommt ihr nur die Ideen, aber keine Anlageempfehlung. Und damit legen wir auch schon los. Bevor wir über die Aktien reden, würde ich erst mal gerne über die aktuelle Situation sprechen. Wenn wir uns den DAX angucken, da merken wir ja, da ist doch ganz schön viel Angst und Sorge drin. Wir sind da auf wirklich luftigen Höhen. Die hätte niemand erwartet bei der jetzigen Zinssituation. Und jetzt merkt man, keiner weiß mehr so richtig, wo es lang geht. Was glaubst du? Ja gut, wir hatten wirklich den Effekt, dass es wieder genau umgekehrt ist, wie alle erwartet haben. Zu Beginn des Jahres dachten alle, aufgrund der großen Probleme und Krisen werden wir ein schwaches erstes Halbjahr haben. Dafür ein Comeback im zweiten Halbjahr. Jetzt ist es mal wieder genau umgekehrt gekommen. Im ersten Halbjahr wurden die Risiken ignoriert. Da ist der Markt schön nach oben gelaufen. Dafür jetzt schwächeln wir seit dem Sommer. Auslöser war die Abstufung der US-Staatsanleihen. Es klingt erst mal kurios, wenn Anleihen runtergestuft werden. Warum leihen denn Aktien? Diese Abstufung der amerikanischen Aktien haben dazu geführt, Anleihen haben dazu geführt, dass Risikopapiere verkauft wurden, dass die Anleger weniger Risiko haben möchten. Heißt, es wurden Aktien verkauft, Cash erhöht. Das hat zu diesem Sommerloch geführt. Und dann hat Deutschland ja noch ganz spezielle Probleme. Aber darauf werden wir wahrscheinlich ja gleich noch kommen. Und ich mache mal, damit hier alle auch zufrieden sind, unseren Ton etwas schöner. Denn tatsächlich hatten wir gerade nicht so einen guten Ton auf dem Ohr. Aber jetzt sollte es eigentlich besser sein. Und Rolf, aktuell haben wir ja noch ein wichtiges Thema. Die Notenbänker treffen sich. Das ist ja genau passend eigentlich auch zu dieser Frage, wie geht es weiter an der Zinsfront? Denn die Notenbänker gucken natürlich auch auf die Konjunktur. Die Inflation war viel zu heiß gelaufen. Das hatten wir in den ersten Monaten des Jahres natürlich immer wieder auch diskutiert. Jetzt mit diesen massiven Zinsanhebungen sieht man eigentlich, dass genau das erreicht wird, was die Notenbänker wollten. Die Inflation geht zurück. Die Wirtschaftsleistung wird auch gedämpft. In Amerika hatten wir das lange nicht gesehen. Aber wie ist da die jetzige Situation? Ja, die Notenbänker haben erst viele Jahre geschlafen. Völlig unnötig hat das Zinsniveau bei 0% gehalten. Dadurch konnte einfach sehr viel Kapital in den Markt strömen. Es haben sich auch Geschäftsmodelle rentiert, die einfach nur von diesem Nullzinsniveau gelebt haben. Also wir hatten sehr, sehr viele Zombie-Firmen. Es gab keine Marktbereinigung. Und die Notenbänker haben gesagt, geschlafen. Dann kam der Ukraine-Krieg über Nacht. Es gab dann explosionsartig steigende Energiekosten, hohe Materialkosten im Anschluss in die Löhne gestiegen. Inflationsrate ist nach oben geschossen. Und dann haben die Notenbänker in Europa, aber auch in den USA sehr radikal reagiert. Die höchsten und schnellsten Zinssteigerungen, die wir in dieser Form je erlebt haben. Und jetzt wird in diesen Tagen heiß diskutiert, war das schon der Peak oder müssen wir nicht noch ein, zweimal die Zinsen erhöhen? Das wird jetzt in diesen Tagen eine sehr, sehr spannende Frage. Aber ich glaube, dass das Thema insgesamt an Einfluss verlieren wird, weil die ganz großen Zinssteigerungen dürften durch sein. Ich glaube, dass wir dann wieder mehr Ruhe von den Notenbanken erleben werden. Also jetzt noch einmal ein heißer Sommer durch die Zinsdiskussion. Aber das Thema dürfte dann ab Herbst, Winter deutlich an Einfluss verlieren. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht für die Aktionäre. Aber tatsächlich haben wir ja jetzt andere negative Effekte, die wir sehen. Also jeder, der es beobachtet in den Zeitungen, wir haben in den letzten Tagen auch jetzt aus Deutschland, nicht nur aus China, Probleme bei vielen Immobilienunternehmen, die natürlich jetzt mit dieser neuen Zinssituation nicht mehr klarkommen. Das heißt, befürchtest du nicht, dass wir doch auch starke konjunkturelle Auswirkungen sehen könnten jetzt von diesen Zinsanhebungen? Ja, das sehen wir ja schon aktuell. Wenn ich jetzt die neueste IWF-Studie nehme, also Internationaler Währungsfonds, es wird für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von drei Prozent erwartet, für 24 auch. Das ist deutlich niedriger als die ja oft mal vier bis fünf Prozent. Also da merken wir schon eine ganz klar bremsende Wirkung. Und Schlusslicht ist in der IWF-Studie leider Gottes Deutschland. Wir sind das einzige Land, wo die Volkswirtschaft sogar im laufenden Jahr schrumpfen soll, wenn auch nur um 0,3 Prozent. Aber das sollte uns zu denken geben, wenn alle anderen Volkswirtschaften entwachsen, nur wir schrumpfen. Da läuft einiges schief bei uns im Land und das sieht man ja auch an den Aktienkursen, dass wir da mit dem US-Markt nicht mithalten können. Aber trotzdem gibt es natürlich Chancen. Ich habe es auch am Anfang des Videos schon mal erzählt. Und wir haben ja auch einen Report, einen kostenlosen, den wir hier unten mit verlinken, den ihr euch abrufen könnt. Da sind also auch tolle Ideen von euch drin, von eurer Redaktion. Wir wollen jetzt mal über einzelne Branchen reden, die ihr euch genauer anguckt. Und da geht es eigentlich im Wesentlichen jetzt aktuell um das Thema Energie. Denn Energie brauchen wir immer und Energie, da haben wir ja auch eine Energiewende. Da wird also auf neue Technologien gesetzt. Auch die alten Technologien werden noch benutzt und gebraucht. Also auch das Thema Öl ist da. Wie ist da eure Einschätzung? Ja, wir fahren ja im Prooptimierer die Value-Strategie und schauen natürlich auch, was machen die großen Value-Investoren. Ganz klassisch natürlich antizyklisch kaufen. Wir haben es ja gerade gesagt, die Konjunktur läuft alles andere als rund. Wir haben starken Gegenwind. Und an der Börse erleben wir, dass konjunktursensible Titel dadurch sehr stark unter Druck gekommen sind. Auch im Energiebereich. Egal, wo wir hingucken, alle Bereiche Energie haben gelitten. Kursabschläge von 20, 30, 40, sogar 50 Prozent im Energiesektor sind keine Ausnahme, wenn wir es vom Jahreshoch zum Monatshoch ausschauen. Und wir als Antizykliker schauen natürlich, was wird gerade tief bewertet und was wird wiederkommen. Weil wir hatten jetzt viele externe Schocks. Wir hatten den Ukraine-Krieg. Wir haben den rasanten Zinsanstieg. Aber all das ist zu Teilen auch schon eingepreist. Das sieht man in den Bewertungen. Der DAX als Beispiel kommt auf einen KGV von 11. Normal ist er ein KGV von 13 bis 14. Da haben wir also einen Risikoabschlag von gut 10, 20 Prozent. Das KUV, also das Umsatzverhältnis, liegt nur bei 0,85. Normal ist er ein Wert um 1. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent. Auch das ist deutlich über im Schnitt. Das heißt, der allgemeine Markt hat schon Risiken eingepreist, zeigt also eine gewisse Unterbewertung an. Und ganz speziell die zyklischen Werte sind spannender. Da sind die Abstecke halt noch höher. Und da haben wir uns in der Tat den Energiesektor rausgepickt. Von Buffelt hat ja in diesem Jahr schon mehrfach Ölaktien gekauft. Und da sehe ich momentan auch sehr spannende Bewertungen, wenn ich sowas sehe wie Equinor, Shell. Die europäischen Ölgiganten und Gasgiganten bekommen sie oft schon für einen KGV von 6, 7, 8. Chevron in den USA, wo Buffett ja auch zugeschlagen hat, kommt auf einen KGV 11. Also das sind sehr niedrige Bewertungen. Und eins ist auch klar, wir haben eine Konjunktur-Delle-Krise, möchte ich noch nicht mehr sagen, aber Delle. Die Konjunktur wird sich auch irgendwann wieder erholen. Es wird irgendwann wieder Zinssenkungen geben. Dann wird die Konjunktur besser laufen. Der Bedarf an Öl und Gas wird wieder steigen. Ich glaube halt nicht, dass es einen schnellen Ersatz gibt. Wir werden noch über Jahrzehnte auch Öl und Gas brauchen. Und dann werden auch die Öl- und Gas-Aktien ein Comeback feiern. Das heißt, da kann man jetzt schon antizyklisch zugreifen. Zwei, drei Jahre warten, hat jedes Jahr 5% Dividendenrendite. Und kann sich wahrscheinlich in zwei, drei Jahren auch noch über 30, 40% Kursgewinn freuen. Und ich finde es ganz schön, weil du es gerade sagtest, ihr investiert wie Value-Investoren, also wie Warren Buffett. Und da habt ihr gerade in eurem aktuellen Brief auch ein schönes Börsenzitat. Value-Investing ist der einfachste Weg zum Reichtum, doch nur wenige nutzen ihn. Niemand will nämlich langsam reich werden. Das hat der uralte Warren Buffett natürlich schön gesagt. Ja, ich meine, der ist nun schon so ein paar Tage reich, aber tatsächlich ist er wahrscheinlich so märchenhaft reich, dann auch erst nach ein paar Jahren geworden. Denn der macht das ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte, dieses Value-Investing und ist damit natürlich wahnsinnig erfolgreich gefahren. Und bei der Gelegenheit gebe ich euch gerade noch mal was zum Reich werden. Und zwar mein Buch, der Börsen-EQ. Den könnt ihr hier nämlich kostenlos bestellen, also sozusagen schon mal ein Gewinn von der ersten Minute. Und da geht es um Börsenpsychologie. Das lege ich euch sehr ans Herz, dieses Buch. Einfach mal das Video anhalten, dann könnt ihr das Ganze scannen. Ich verlinke das unten auch noch mal, wer das jetzt nicht hinbekommt. Und dann könnt ihr euch dieses Buch gratis runterladen. Da geht es um Börsenpsychologie. Wie man im Grunde genommen es schafft, so wie Warren Buffett, über lange Zeit erfolgreich zu sein. Und da vielleicht auch seine eigenen Gefühle im Zaum zu halten, dass man eben nicht gleich in der nächsten Minute superreich sein will, sondern eben auch diese Geduld mitbringt. Wie kann man seinen eigenen Schweinehund überwinden? Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor an der Börse. Aber Rolf, wir wollen noch mal neben den altbekannten Energiewerten auch noch mal auf neue Technologien kommen. Und da habt ihr euch insbesondere auch Wasserstoff angeguckt. Das hört man ja immer wieder. Das sind Werte, die da so gehypt werden. Was ist so spannend an dem Thema Wasserstoff? Vielleicht noch ein kurzer Zwischenschritt, weil du gerade Buffett genannt hast. Auch da kann man Warren Buffett mal kopieren, was kaum einer weiß. Also man kennt immer die Ölbeteiligung von Buffett und von Berkshire Hathaway. Die werden oft publiziert. Aber in den vergangenen 20 Jahren hat Buffett in seinem Imperium auch einen riesigen Anteil an erneuerbaren Energien aufgebaut. Er ist jetzt schon der zweitgrößte Investor in erneuerbare Energien in den USA. Und wenn man seine Energiesparte sieht, Berkshire Hathaway Energy, die fast 100 Milliarden Dollar schwer ist, da kam er Ende 2022 schon auf einen Anteil der grünen Energie von 44 Prozent. Also der alte Mann bleibt nicht bei Öl und Gas stehen, sondern mischt beides. Öl und Gas auf der einen Seite, aber auch grüne Energien, also Windkraft, Solarenergie. Das ist auch meine Empfehlung, nicht dogmatisch an einer Energiequelle festhalten, sondern mischen. Wir brauchen jede Form von Energie und wir brauchen jede Form der Energie noch über Jahrzehnte lang. Insofern nicht nur auf eine Karte setzen, sondern Energieformen mischen. Und da kommen wir dann auch zwangsläufig zu Wasserstoff. Auch ein sehr, sehr spannender Markt mit sehr großen Chancen. Wir haben da einige Reports erstellt, auch eine ganz aktuelle Studie, die ich jetzt gerade mit meinem Team veröffentlicht habe. Und da haben wir auch eine gewisse Zeitenwende. Viele der sehr populären Wasserstoffwerte sind extrem unter die Rede gekommen, weil da viele Wachstumsträume nicht so aufgegangen sind. Aber auch durch die Zeitenwende, durch die Zinswende, plötzlich ist die Finanzierung viel teurer geworden. Und die meisten neuen Start-ups, die neu gegründeten Wasserstoffwerte, schreiben noch tiefrote Zahlen. Die konnten noch vor zwei, drei, vier Jahren dann sehr, sehr billige Kredite aufnehmen oder mal eine Kapitalerhöhung pro Jahr durchführen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben höhere Finanzierungskosten. Wer jetzt noch tiefrote Zahlen schreibt und regelmäßig Kapital benötigt, hat einfach jetzt arge Probleme. Da wird es auch eine Marktbereinigung geben. Das hat dazu geführt, dass viele spekulative Wasserstoffwerte auch 50, 60 oder 90 Prozent unter den alten Hochs notieren. Also meine dringende Empfehlung ist da, nicht auf die Neulinge setzen, die rote Zahlen schreiben, die einen hohen Kapitalbedarf haben. Da ist das Risiko zu groß. Es gibt andere Wege. Mein Tipp ist, viele etablierte Unternehmen, die schon hohe Gewinne erwirtschaften, haben diesen Trend natürlich auch erkannt und haben eigene Wasserstoffsparten. Wenn die Zeit da ist, möchte ich einfach mal so drei Bereiche einfach kurz nennen. Mach mal, mach mal. Wir haben ja mehr dann im Report, den wir auch hier verlinken. Aber du kannst ja mal vielleicht ein, zwei Sachen nennen, damit wir einfach Bescheid wissen. Genau. Einfach mal, wie groß ist die Bandbreite? Was ist alles möglich? Einfach ganz klassisch eher für die, sagen wir mal, defensiven Value-Investoren. Die Gasehersteller. Ich nenne hier eine Linde, eine Air Liquide, eine Air Products. Die kann man sich anschauen. Gute, stabile Cashflows. Gute, stetig steigende Dividenden. Und das sind echte Gase-Profis. Die haben meistens seit Jahrzehnten eben Erfahrung mit Wasserstoff. Und was oft unterschätzt wird, diese Unternehmen kennen sich natürlich perfekt mit der Materie aus und können auch die passende Infrastruktur bauen. Zum Beispiel die großen Rohrleitungen oder aber auch die ganzen Tankstellennetze, die wir dringend brauchen. Also wer eher defensiv, konservativ unterwegs ist, fährt mit den Gaseherstellern sehr gut. Dann, wer sagt, ich möchte mich einfach auf die Energiekarte setzen. Ich habe gewisse Zweifel, ob die Energieversorgung noch so stabil ist. Gucken, wer hat da die richtigen Lösungen? Zwei Beispiele. Einmal an der größten der Welt. Cummins, der Traditionsmotorenbauer aus den USA, über 100 Jahre alt. Warum ist der heute noch so erfolgreich? Er hat sich immer gewandelt vom klassischen alten Verbrennungsmotor zum E-Motor, zum Wasserstoffmotor. Und eine stark wachsende Sparte ist auch der Bereich dezentrale Energiegewinnung. Die bauen also Anlagen, mit der Energie gewonnen werden kann, auf Wasserstoffbasis. Die sind überall auf der Welt vertreten. Die haben überall ihr Netzwerk. Man weiß, die existieren auch in den zehn Jahren. Wenn ich also dezentrale Energieanlage haben will, dann setze ich nicht auf einen Neuling, sondern auf einen Veteran wie Cummins, der seit über 100 Jahren am Markt ist. Und wer es ein bisschen kleiner haben will, aber dafür wachsen stärker. Auch Deutschland ist da durchaus vertreten. Glücklicherweise auch meine Heimat im Münsterland. 2G Energy aus Heeg fahre ich jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, direkt vorbei. Quasi einmal pro Jahr steht da auch eine neue Halle. Auch die bauen ja dezentrale Energiegewinnungsanlagen, Blockheizkraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Auch das ist eine sehr interessante Story. Du, Rolf, auf Veteranen sitzen, das ist ein guter Hinweis. Du bist seit 2002 ja auch Chefredakteur vom Depotoptimierer, also auch schon fast ein Veteran, obwohl man sagen muss, ich habe ja hier bei mir am Money Talk wirklich die Veteranen. Ja, ich hatte Friedhelm Busch und Heiko Thieme und alle kommen hier auf den Kanal. Also insofern bist du noch ein junger Veteran. Aber danke, dass du da warst. Und wer das erste Mal im Money Talk ist, der lässt jetzt bitte auch ein Abo da. Ansonsten verlinken wir alles Weitere zu dem Thema Wasserstoff auch hier unten in den Shownotes. Da gibt es dann noch viel mehr im Report, den ihr zusammengestellt habt. Und ich danke dir für heute erst mal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank, Carola. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.